Hallo und willkommen zu Storybook Brawl. Was ist das für ein Spiel? Zum Ersten, das ist Free2Play, das könnt ihr euch auf Steam ziehen. Zum Zweiten, das ist, ja, ich hab bisher das Tutorial gespielt, das ist im Prinzip ein Auto-Bettler mit Karten. Muss es mal so zu formulieren. Hearthstone soll auch so einen Spielmodus haben, der in die Richtung geht, aber da bin ich nicht auf dem Laufenden. Ich hab schon ewig kein Hearthstone mehr gespielt. Ich fand, das sah hier ganz interessant aus und ich mach da mal Videos zu. Ich weiß noch nicht, wie viel das werden, wie interessant das ist. So vom Tutorial her kamen mir schon ein bisschen so die Zweifel, was das Balancing angeht. Das befindet sich auch noch im Early Access, von daher wird sich wahrscheinlich auch noch eine Menge tun. Wir gucken uns das Ganze jetzt hier mal im Groben an. Und zwar, Apprentice ist, glaube ich, ja, das Level, das hier ist die Spielwährung, die man sich erspielen kann. Das hier ist, glaube ich, genau, das sind die Games, die kann man sich gegen Echtgeld kaufen. Und das ist auch irgendwas, keine Ahnung. Gut, also wie funktioniert das? Man hat am Anfang Helden, zum Beispiel bei der Beauty. Die kann Monster und die Monster sind gut und haben plus zwei, plus zwei auf ihre Fähigkeiten, beziehungsweise auf ihre Stats. Und gut, das unterscheidet sich alles so ein bisschen. Man startet also quasi jedes Match mit so einem Helden, die man sich dann mit Fairy Dust oder mit Gems kaufen kann. Charaktere sind im Prinzip die Einheiten. Gibt es bisher auch schon so ein paar Stück. Schätze, die sind dann auch bestimmte Sachen, wie zum Beispiel die Tiere haben plus eins, plus eins und sind gut. Crown of Atlas und all so ein Kram. Dann gibt es noch Zaubersprüche und ja, zum Beispiel auch so Sachen. Ich hatte da auch schon was, da hat am Anfang der Gegner, jeder Einheit, zwei Schaden bekommen, wo das Gefecht gestartet ist. Gibt es bisher auch eine ganze Menge. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ich bin ein Riesenfan generell von Autobattlern, auch wenn ich die schon länger nicht mehr gespielt habe. Das hier ist online, man spielt insgesamt mit 8 zu 8. Und gut, wir spielen mal ein Brawl und gucken mal, ob überhaupt Leute das spielen. Mal schauen. Ich habe euch gewarnt, ich habe bisher nur das Tutorial gespielt, ich habe mich auch nicht weiter schlau gemacht. Ich bin nur über das Spiel gerade gestolpert und ich dachte mir, hey, das sieht ganz interessant aus. Da kann ich mit ein paar Videos zu machen. Am Anfang können wir uns einen Helden aussuchen, das ist dann alles zufällig. Man kann sich hier aber auch, ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Hier steht, man kann sich die dann auch kaufen. Die behält man dann. Aber ich glaube, ich nehme erstmal die, die kostenlos sind, weil ich habe da ja auch noch keinen Plan von den Mechaniken und wie das alles funktioniert. Das klingt eigentlich ganz gut. Die Charaktere mit Support bekommen plus 2, plus 1. Ist halt die Frage, ob man sowas bekommt. Monster ist halt auch die Frage. Ich nehme mal dich hier. Dann müssen wir darauf achten, dass ich Charaktere mit Support bekomme. Und natürlich, wenn ihr das online spielt, dann hat das halt ein Zeitlimit. Irgendwann tickt das dann runter, weil sonst könnte man das ja ewig rauszögern. Genauso wie dann zwischen den Runden. So, das sind quasi dann unsere Einheiten. Hier oben haben wir Gold. Hier können wir rerollen. Hier können wir dann Sachen im Shop kaufen. Ich habe das noch nicht, ich blicke das noch nicht so. Gut. Und wie du funktionierst, keine Ahnung. Du hast auf jeden Fall 6-6. Das klingt für den Anfang gar nicht mal so verkehrt. Dann würde ich doch mal sagen, ja, wir haben die 2 Gold ausgegeben. Hier unten können wir dann unsere Einheiten platzieren. Und man hat halt diese Zufallskämpfe gegen die anderen 7 Gegner. Hier kann man dann Schätze reinpacken, mit denen man sich dann auch noch buffen kann und so weiter. Dann müssen wir jetzt mal schauen. Also, ich würde doch mal sagen, Dwarf Support. Ja, gut. Das ist halt die Frage. Müssen wir halt dann Zwerge bekommen, damit das auch funktioniert. Aber notfalls Evil plus 1 plus 1 haben wir ja noch nicht. Weil das ist Fanny. Das steht ja auch nicht bei. Doch, da Evil Animal. Gut. Da jetzt funktioniert, machen wir das erstmal so. Ich werde wahrscheinlich erstmal katastrophal scheitern. Aber gut. Ich will das euch ja erst auch erstmal zeigen. Und ich muss dann mal schauen, wie sich das so... Was das denn für einen Eindruck gibt. Ähm, wie ich das finde. Was haben wir denn hier? Diese B-B-B-B. Zwei Gold. Das ist doch ganz gut hier. Plus 1 Gesundheit. Gute... Gute... Die guten Charaktere. Dann haben wir jetzt noch zwei... Puh, das weiß ich jetzt ja gar nicht. Ranged. Das klingt vielleicht auch gar nicht mal so blöd. Kann ich denn irgendwie... Das sind, glaube ich, Emots gewesen. Kann ich die Runde denn schon so beenden? Nein. Das läuft dann automatisch runter. Gut. Müssen halt alle fertig sein. Und man kann sich dann halt auch noch mehr Einheiten kaufen. Und die dann unten auf der Ersatzbank setzen. Und wenn man drei hat, leveln die auf. Wie das genau funktioniert, habe ich jetzt noch nicht so raus. Oh ja. Ich werde erstmal hier richtig auf die Nase bekommen. Aber so ist das halt. Gut, was haben wir denn jetzt hier? Dwarf Support. Du bist ein Zwerg. Das wäre schon mal ganz gut. Ja, funktioniert mit Schätzen. Kann ich denn... Kaufe ich jetzt einfach mal... Plus 1, plus 1 können wir... Dir zum Beispiel geben. Permanent. Aber ich kann jetzt... Doch, ich kann die auch schon mal da platzieren. Dann machen wir das doch so. Gut. Münzen haben wir wieder ausgegeben. Und... Das müsste jetzt vielleicht sogar schon mal ein bisschen besser laufen. Mal gucken. Und natürlich werde ich erstmal eine Menge falsch machen, weil... Wie die ganzen Mechaniken funktionieren. Kein Plan. Einfach mal drauf losspielen und mal gucken. Gut. Das ist gleich schon vorbei für mich, so wie das ausschaut. Okay. So. Dann haben wir da noch was von... Support. Plus 3 Gesundheit klingt doch gar nicht mal so schlecht. Ranged haben wir hier. Ich würde mal dich gerne kaufen. Dich kaufen wir auch nochmal. Und den Rest können wir uns... Ach so. Okay. Ja gut. Wenn du stirbst, bist du halt weg. Aber dafür bist du halt schon ein bisschen stärker. Okay. 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 Gut. Dann haben wir jetzt erstmal hier die ganzen Slots voll. Und schauen dann mal, wie das so läuft. Ich bin nicht letzter. Ich bin noch vorletzter. Wäre schon mal ein Erfolg, nicht als erster rauszufliegen. Wobei das, was ich bisher vom Tutorial gegen die Bots so gesehen habe. Das ist halt so eine Sache. Weil es gibt so bestimmte Sachen, die quasi die Einheiten mit jedem Kampf stärker machen. Oder die, wenn sie den Kampf überleben, dann gebufft werden permanent. Und das ist halt natürlich dann... Wenn die überleben, werden die dann richtig stark. Und deswegen mache ich mir so ein bisschen vom Balancing her Sorgen. Wow. Das sieht doch mal ganz gut aus. Endlich mal hier gewonnene Runde. So. Was haben wir denn hier jetzt? Du bist ein Tier. Tier ist jetzt nicht so toll. Animal Mage. Good Animal. Oh, das klingt ganz gut. Für den Rest des Spiels haben die Charaktere in unserem Shop plus eins plus eins. Das möchte ich aber auf jeden Fall kaufen. Dann holen wir uns das nämlich. Ich kann jetzt mal hier... ...gucken, was es da noch so gibt. Support. Okay, dann musst du mal... Ah, du musst dann... Okay. Du musst dann... Die müssen dann sowieso nach hinten. Das habe ich erst gar nicht gesehen. Also diese... ...Charaktere mit Support buffen dann die... ...Charaktere in der vorderen Reihe. Alles klar. Hier haben wir noch einen Zwerg, aber dafür hätten wir jetzt auch kein Gold mehr. Mal gucken. Für den Anfang geht das ja noch mit der Zeit. Ich glaube, wenn man das mehr spielt, dann... ...ja, es gehen die Runden schon etwas lang... ...ähm, sehr lange. Okay, das werden wir verlieren. Das schon hier zweimal 8, 8. Das ist natürlich... Huh. Ich verstehe jetzt auch nicht ganz, warum die mir 5 abgezogen haben. Macht wahrscheinlich so viel Schaden, in welcher Runde wir uns befinden. Gut, was haben wir denn jetzt hier? Ich könnte mal jetzt wirklich was Besseres gebrauchen. So, dich nehmen wir erst mal. Da hätten wir einen Zauberspruch, aber ich würde gern mal so langsam... Oh, das ist natürlich... Das ist natürlich schon nett. Packen wir dich mal mit rein. Dann gucken wir noch mal. Aber gut, wir hatten jetzt eh kein Gold mehr. Man muss halt schauen. Wenn hier Dwarfsupport plus 2, plus 2, dann werden die gebufft. Treasure haben wir jetzt leider gar keinen. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Aber er hier, Bossi, bufft andere Zwerge wieder mit plus 2, plus 2. Also, die verstärken sich dann alle gegenseitig. Was wäre das denn? Stoneskin. Plus 3 Lebenspunkte permanent. Das sieht auch so vom Art Design richtig nett aus. Das hat so ein bisschen was vom Fable-Kartenspiel. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie das hieß. Fable Fortune. Ist das so? Oder habe ich ja auch früher mal Videos zu gemacht? Gut, dann kriegen wir jetzt hier auch auf die Nase. Aber wir sind noch nicht raus. Das ist natürlich zum Teil dann auch richtig... Jetzt können wir dich hier zum Beispiel mal aufwerten. Dann hast du nämlich 6, 4. Dann können wir uns jetzt einen Schatz aussuchen. Drachen-Buff. Hm. Wenn 1 unserer Monster stirbt, plus 2, permanenter Angriff. Ich nehme mal Runestone. Auch wenn ich damit, glaube ich, nichts mehr anfangen kann, weil ich einfach nicht mehr so viele Lebenspunkte habe. Ich würde jetzt einfach sagen... Wie machen wir das denn? Ich bin... Ich kann jetzt hier auch nicht wirklich irgendwen austauschen. Das ist gerade ein bisschen doof. Ich gucke mal, was wir hier noch so kriegen. Neee... Gehen wir noch mal ein bisschen Gold hier aus. Toll. Könnten wir da noch was kriegen. Aber du passt da halt nicht so rein. Für dich reicht es nicht mehr. Hahaha. Das ist ja super. So. Dich können wir kaufen. Dann nehmen wir das mal ganz schnell, weil die Zeit läuft hier gerade ab. Ich könnte mir aber, glaube ich, schon vorstellen, das länger zu spielen. Das hat jetzt echt wehgetan. Gut, das Problem ist, ich habe ja damals auch mal Dota Underlords gespielt. Irgendwann bilden sich dann halt diese Sachen heraus, was stark ist und was nicht stark ist. Das ändert sich dann halt auch wieder mit der Zeit. Aber letztendlich irgendwann, wenn sich das dann herausgebildet, verliere ich dann eigentlich schon immer wieder die Lust daran. Weil das ist dann klar, dann kommt es halt nur noch aufs Glück an, ob man dann die Sachen bekommt, die man dann wirklich haben will. Und das ist halt sehr glücksabhängig, weil die Sachen sind halt alle zufällig. So, 8er geworden. Ja, super. Super Einstand. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Vielleicht interessiert sich ja auch der ein oder andere für das Spiel. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald.